Das ist wirklich Geistestang, ist der Vater von Monty? Wie viel hat das da hinten gekostet? Boah, die ist böse! So viel zu Reichtum! Oh mein Gott, ein Skeleton! Ja, Dicke! Oh, hier ist nix! How are you? Please help me! Boah! Ah-ah! Juhuuu! Was geht da, Freunde? Herzlich willkommen heute im neuen Video! In der Schneehalle beim Monty-Event! Mich hat's komplett zerfetzt, Dicke! Ich kann rückwärts fahren! Ey, wo ist mein Ski? Egal! Ich würde sagen, Freunde, wir starten euch rein mit einem kleinen Video! Es wird richtig geil, hier sind ganz viele Leute da! Sehen Sie durchs Angling? Bruder, es ist unfassbar! Guckt euch diese Dame an! Katja? Dürfst du dich was fragen? Klar! Ich weiß doch, auf dem Splash hast du mich damals ignoriert. Weißt du, wer ich bin? Ich war so angestrengt, meine Mama war da, ich hatte kurz davor, danach einen Auftritt, so zwei Minuten, und dann konnten wir nicht quatschen. Katja, eine Frage! Ganz kurz bitte! Was ich merkwürdig fand, war, dass auf jeden Fall die meistgewatchte Stelle war in diesem Video, ich weiß nicht, ob's hier da hinten dran lag. Liegt an ein, zwei Silikonteilen, die da in meinem Körper schlummern. Ich hab meine Lippen gemacht, offensichtlich, meine Nase gemacht, Wimpern, sehr viel Geld, mit Ben Laksa! Diese Frau ist wirklich gut, doch sie ist nicht schön. Ich stelle mir eher mehr Erregung vor. Und jetzt ist sie schön. Wie viel hat das da hinten gekostet? Guck, dürfen wir mit diesen Anbauzeiten. Aber ist natürlich eine OP. Hat 20.000 gekostet. Und wann hat den das letzte Mal jemand berührt? Sehr oft berühren das Menschen, die ich mag. Wenn es jemanden berührt, die ich nicht mag, wird man sehen, was man davon hat. Hast du einen Freund? Nein. Du? Was war das meiste, wo du Geld gemacht hast? Onlyfans oder Musik? Beides gleich. Ungefähr? Sehr viel. Hast du eine Uhr? Sei Dank. Die Baguette Diamonds. Wie alt bist du mittlerweile? 27. Du? 25? Würde da was gehen? Ne. Sie könnten mein Vater sein. Wegen der Zeiten, sie haben sehr viel in meiner Kindheit mit mir geredet. Willst du mich jetzt echt weiterhin siezen? Du bist jetzt immer am Tauchen. Hast du schon mal einen Hai an den Griff bekommen? Angriff nicht, nö. Aber Berührung und weggeschoben. Dachten die vielleicht, du gehörst zu ihnen? Wie man diese Tiere wahrnimmt unter Wasser, ist phänomenal. Ich hab mich vorhin schon gefragt, ihr war jetzt das perfekte Paar. Jan Schlappenbeck, zeig ihr was du kannst. Und jetzt hab ich hier grad dran geleckt. Aber das fühlt sich an wie Kaugummi. Hast du schon mal ein paar Fälle außergerichtlich geklärt und zwar wo? Ja, das... Zeig mal was du mit dem machst. Ey, wir einigen uns gerichtlich. Ich wusste gar nicht, dass so ein Tier in dich schlummert. Ja, da steckt einiges in mir. Hallo, wer sind Sie? Jasmin und sie. Wir sind grad ein bisschen gerodelt, kann das sein? Ski gefahren. Und was können Sie? Skateboarden. Skateboarding und Modeln, ja. Können Sie auch schlagen? Erstmal. Bei 700 zieh ich meine Hose aus. Bitte 699. Boah, ich hab einfach sogar recht gehabt. Hast du das schon mal angewandt bei einem Mann? Ne, ne. Sind Sie Single? Ja. Ja? Und gefällt dir einer hier? Boah, ich hab jetzt noch nicht alle gesehen. Der Herr Konstantin? Ja, natürlich. Krieg ich hier von dir ein Bodykit? Welches Auto reden? Geh Klasse. Geh Klasse. Sag doch mal was. Ich muss weg. Bist du Multimillionär? Oder bist du schon Millionär? Lass mich folgendes sagen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie es die letzten Jahre... Du willst ja nichts sagen über dein Reichtum. Aber wie ist es, wenn wir die Drama fragen, die dazu gehört? Guten Tag. Ich wollte, weil der Mann sagt... Alter, wie geil! Die wollte ich auch haben. Guck mal. So viel zu Reichtum. Das ist die Day-Date? Boah, das ist geil. Was hast du? Okay. Zeig mal die Uhr schnell. Ne, besser nicht. Oh mein Gott, ein Skeleton. Ich hab gesagt, welchen Millionenbereich befinden wir uns im zweistelligen und dreistelligen Ort, da sind wir in die Milliarde schon geknackt. Der ist schön. Das war mein erstes Geschenk übrigens von Konstantin. Konstantiii! Das kann er. Ja, der Mann mit Stil. Einen Satz, der mich geprägt hat in meiner Jugend. Und zwar der, wenn du... Sei erstmal ein... Du bist eine vernünftige Frau, sei erstmal ein vernünftiger Mann. Der Song ist ja jetzt schon fast vier Jahre alt. Und ich hab letztes Jahr gesehen, wie er noch erst letztes Jahr so ein bisschen nochmal gepusht worden ist. Bist du Single oder? Du wirst mich klären. Nee. Warum? Kennst du so eine Shirin? Digga... Was denn? Aber du hast doch mit Shirin damals Videos gemacht. Ja, hab ich. Habt ihr euch nicht mehr kennengelernt? Bruder, nein. Das ist einfach... Wo ich mit Shirin Videos geredet habe, das war wie als hätte ich mit... Einfach YouTube. Einfach YouTube, Digga. Einfach Videos gedreht. Auf cool. Ja. Wir müssen einen neuen Skandal machen. Hey, hey, hey. Dings wie... Leeroy. Was ist mit Leeroy? War da irgendwas gewesen, oder? Wir haben uns die Hände gereicht privat. Echt jetzt? Ja. Nee, oder? Doch. Trifft mich das, wenn ihr mich beleidigt? Überhaupt nicht. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab Leeroy die Vorleihe gegeben, dass er mich hopst. Ich hab mich zu sicher gefühlt und hab Aussagen gebracht, die nicht in Ordnung waren und over the top. Ich ärgere mich. Mich trifft das, weil ich der Idiot bin, der das so doof war, ihm überhaupt Angriffsfläche zu geben. Man kann ja Kritik äußern, man muss aber drauf achten, wie man es war und ich hab übertrieben. Freundin? Wie meinst du? Du? Ich erzähl nichts in meinem Privatleben. Also ja, oder wie? Und du? Haha, du Arsch! Du warst doch bei Seven and Wild, oder? Möglich, ja. Wie standest du zur Masturbation im Seven and Wild? Das ist ne gute Frage. Hast du überhaupt keinen Trieb zu, ne? Wirklich? Überhaupt gar nicht, ey. Du hast nicht mal ne Morgenlatte bekommen. Rumatra hat es doch auch ganz groß angekündigt. Er hat sich fest vorgenommen, da in der Wildnis einen runterzuholen. Aber er hat es nicht geschafft. Ich hab das ja auch gemacht. Stimmt, du warst ja auch auf Panama, ne? Und ich kann diese These nicht unterstützen. Varion, was haben wir hier gemacht? Zum Atmen. Zum Atmen tatsächlich. Ist doch groß genug. Ja. Ne, Varion, warum hast du den Boxkampf abgesetzt? Ich hab mir die Rippe gebrochen. Wo? Hier, wo die Rippe sitzt. Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Damals hat man immer als kleiner Junge versucht, so weit runterzukommen, wie es nur geht. Meins jetzt. Was meinst du damit? Tomato, wir haben das schon mal eben drüber gesprochen. Man muss sich nämlich normalerweise ne Rippe rausnehmen lassen, damit man selber runterkommt. Ja stimmt, das hat Marilyn Manson gemacht, glaub ich, ne? Wer ist das? Hast du Freunde? Nicht mehr. Ist bei dir aus mit Freunde? Sieht gut aus. Was haben wir vorhin geredet? Irgendwas mit Drogen. Hast du schon mal Urin probiert? Ne. Mach mal selbst experiment. Hab ich auch schon mal überlegt. Es gibt ja so Leute, die im Morgen Urin trinken, ne? Echt? Mach das mal. Ja, ich glaube das soll gesund sein, aber ich weiß nicht ob... Kot ist auch gesund. Kot ist nicht so gesund. Ne, das ist glaube ich gefährlich. Ich glaube, das kann gefährlich sein. Soll ich dir mal kurz genaschen, du? Ne. Bei dir kann ich es mir vorstellen. Nein. Lass doch das Ding aufgezogen, damit du besser schnuppern kannst. Ja. Wer hat den besten Tor, gibst dir was fragen. Ja. Sensit der K1. Ja, genau. Sensit ist gewesen. Ja, natürlich. Kannst du nochmal diesen einen Song performen, bitte? Ab jetzt lebt K by AK von Overground. Das war das geilste Lied von dir, ja. Ja, oder? Liebst du aber Sänger? Nein, nein. Ich bin Tänzer. Meine Freundin ist ein Sänger. Aber nein, du hast doch mit dem Stern das gesungen, oder? Genau. Adel Tawil. Ja. Der bist du. Ja, wirklich. Wer bist du? Joja. Der bin ich. Geil, Alter. Ich wollte kurz was fragen. Ja. Nee, nee. Wie ist das eigentlich, so Hunde-Influenta zu sein? Ich bin der größte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Du hast ja auch noch einen Hund da. Ja. Ja, ja. Boden war dirty wie sonst was, Digga. Holle. Ist ne 3,9. Machst du noch die geilen Tik Toks, wo du immer auf Arsch filmst? Machst du das noch, oder? Pssst. Nee, das mach ich nicht mehr. Du warst doch mal drogensüchtig, kann das sein? Ja, das stimmt. Ja. Also, Alkohol, Cannabis. Und da war ich schon ordentlich im Game drin. Bist du jetzt Millionär? Nein. Nein. Das war eh reich, Digga. Warte mal. Kann jemand das kurz halten? Weil ich muss meine Brille sauber machen. Wolltest du nicht aufhören mit Alkohol? Mit was? Du meinst, du siehst älter aus als Robert Geist. Was? Was? Robert Geist sieht langsam aus wie du. Checkst es? Hör auf mit dem Alkohol. Das ist kein Alkohol. Ex doch mal. Hast du bei Big Brother gecheckst? Nee, nicht einmal. Man nennt dich Carsten Stahl, hab ich gehört. Man hat mir schon ein paar Sachen erzählt. Nein. Hallo Stahl, hast ein Rohr. Hast du ne Girl? Äh, grad nicht, nein. Nicht? Du bist in Madeira. Nee, nee, ich bin grad auch umziehen. Warum machst du das? Wegen den Steuern? Nein, das sagen immer alle, aber war bei mir tatsächlich kein Hauptgrund. Sie sind der Vater von Montana Black. Oh Gott. Das ist wirklich geisteslang, ist der Vater von Montana Black. So sieht's aus. Wie haben wir das hinbekommen, dass man so einen Prachtkerl auf die Welt setzt? Das hat er glaube ich vor allem selbst hingekriegt. Hat er das nie vom Vater? Manches, aber eher das Lachen und solche so Geschichten. Kannst du auch so lachen? Nee, er kann so lachen wie ich. Ist privat, das geht euch gar nichts an. Warte. Hast du grad ne Dame am Stock? Ich hab, ähm, schau mal. Du bist ja vermehrt mit einer unterwegs. Bro, ich bin mit meiner Managerin hier, ja. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Warum hast du eigentlich so ein Aggressionsproblem? Ich hab kein Aggressionsproblem. Es gibt nur Leute, die... Eyo! 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 Wie sagst du mir jetzt? Ne. Wieso meine Zähne? Ähm, ich hab noch mal ne Frage. Du bist doch unterwegs mit einer Dame. Mhm. Zeig mir deine Brille. Oh Jesus. Tom, wie geht's? Zeig deine Uhr. Ist das die Haribo, Digga? Ja, Mann. Boah, die ist böse. Aber ist ne Yacht... Ne, was geht denn da? Ja, ja, ja. Was würde passen zu mir? Patek Aquanaut. Am Kautschukband. Safe. Wie viel geht die? Äh... 45. 30. Wie viel kostet der Sparten? Äh... 130 kostet der. Was ist das für ein Ring? Mein Ehering. Auch mal jemanden ins Gesicht gedrückt? Nein, noch nicht. Hast du dich schon mal geschlagen? Nein, ich hab... Wißt du, was ich mir vorstellen könnte? Das mag einfach mal so'n Taekwondo-Mautai oder so'n Gürtel. Nein, ich hab immer Security-Personal und ich muss mich nicht schlagen. Hat Dave einfach nur am Pisten fahren? Er hat noch nicht einmal mit irgendjemand geredet, hat Kopfhörer drin, fährt nur Pisten. Bist du auf dem Award aus oder was? Ja, Olympia. GD3. Wähl, Kauf oder wie? Es zeigt sich noch, aber es sieht ganz gut aus. Du wolltest doch einfach nur einen schnellen Flitzer fahren. Nee, ist es doch gar nicht. Genau, genau. Bisschen flexen. Ja, da streikt alles zum Kopf. Frau. Frau? Du? Ja, Frau. Echt? Ja, ja. Langjährige Frau. Wirklich? In festen Händen. Wie lange schon? Seit ich 16 bin. Mit kurzer Pause. Haben wir uns ausgetocht? Frau, ja. Boah, kommst du damit klar? Jaja, ich hab gearbeitet. Digga, einfach Bigfoot. Bigfoot ist gespawnt. Guck mal. Zeig mal die Träte. Wo geht's hin? Was hast du hier drin gespeichert? Sei ehrlich. Ist da Mary J drin. Feierst du? Sind fresh, Digga. Aber sind schon auch hoch und sowas. Ja, ja, ja. Nimm auch noch ein bisschen weiter. Yeah. Wir haben Mr. Fashion hier. Einmal Bewertung zu den Schuhen, Digga. Fresh. Man muss den auf die richtigen Fits anziehen. Ja, ja. Mit einer Skinny Bracka geht's auf jeden Fall nicht, Digga. Guck mal, wie richtig der Mann ist. Kosten den Zehner mittlerweile? Neuner. War schon so ein kleines Häuschen an den Händen. Ein bisschen. Warum machst du das? Warum machst du das? Warum nicht? Mr. Döner. Mr. Döner. Junge. Ist doch dein Name eigentlich gekommen. Ja, natürlich Döner. Ich hab Döner im Spiel eingegeben. Und dann hat das Önig genommen. Wie viel Geld haben wir gemacht? Oh, sehr, sehr viel. Bist du durch? Ja, aber lebe sehr bescheiden. Weißt du, was das geilste von dir war? Der Clip mit Kai Pflaume. Bist du Millionär? Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Also erstmal so eine Firma, da wird alles wieder reingesteckt. Wenn du diese zählen würdest, schon Fünfer. Fünf Millionen. Ja. Siehste, also bist du Millionär? Ja, aber nicht auf dem Konto. Ja, verheiratet. Urlaubst du Kinder? Noch nicht, aber ich wünschte mir sie. Ja, bald, bald. Ich fand dich immer sehr, sehr sympathisch. Dankeschön. Du bist auch ein lieber Kerl. Was war denn das Verrückteste, was sie jemals gemacht haben? Ich hab mitbekommen, 100 Kilometer durch die Wüste und 50 Kilo vorher angefressen, dann alles rausgeschwitzt und so. 24 Stunden gegen die Rolltreppe ohne auszusteigen. Ohne auszusteigen, das heißt, du gehst nicht aufs Klo. Wie viele Höhenmeter waren das? Es waren knapp 12.000 Höhenmeter, 11.800 flank mich tot. Ach, können Sie noch diesen Banger sehen von damals? An Angel? Ja? Kennst du das? Natürlich kenn ich das. Lassen wir es diesen Mann singen. Kennst du dieses Lied? I believe in love, back to love. Weitere kranke Scheiße. Ich hab gewettet, dass ich schneller bin im 100 Kilometer als ein Pferd. Genau, Pferd mit Reiter. Und der Pferd hatte dreimal eine halbe Stunde Pause, Pflicht. Und dann jedes Mal, wenn der angehalten hat und hat seine Pflichtpause gemacht wegen Tierschutz, hab ich überholt. Hab ich geführt. Und das Pferd hat mich in den letzten 8,5 Meter in 1 Minute 28 Sekunden überholt. Oh! Also hat quasi nicht sehr mit der Pferdelunge gewonnen. Hab geschworen, dass ich Revanche brauche. Und das Problem ist, das Pferd ist drei Jahre später gestorben. Also hast gewonnen. Aber warum machst du nicht mal gegen den Gepard? 5 Millionen. Wer hat dir grad einen fahren lassen? Was tut das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist ja grad nicht. Joey Kelly ist einer der berühmtesten Redner unserer Zeit. Er hat wirklich jemand gefurzt. Dicke, ich hab zu einer geschissen, Alter. Hast du gefurzt, Dicke? Ich hab nicht gefurzt. Mach den Mund mal zu, es stinkt. Haben Sie gefurzt? Hallo? Haben Sie gefurzt? Nee. Ihr stinkt? Ja, ich war's nicht. Du warst? Ja. Wir haben das nämlich genauso gemacht. Okay. Bestimmt. Nee, haben wir nicht. Wir haben es getan. Was haben wir noch nicht getan? Das ist gut. Wir haben es getan. Wir haben es getan.